Hi Ladies! Dorothee hatte mich gefragt explizit nach einem italienischen Outfit. Und Dorothee, hier habe ich ein Outfit, ein italienisches Outfit sich zusammengestellt, was perfekt auf dich passen wird. Doch bevor ich hier näher drauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks und meine kleine Überraschung größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder auch unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt geht es nach Italien. Denn Dorothee, hier, dieses Outfit, dieses Kleid, was ich jetzt dir vorstelle, ist Italien pur. Denn dieser Stil ist einzigartig und man erkennt ihn eigentlich relativ fix. Wie man hier zusammenstellt, das jetzt. Wie du siehst, ist dieses Kleid was sehr, sehr Besonderes. Denn es besteht aus zwei verschiedenen Stoffarten. Ich würde mal sagen aus einem Oberkleid, was mit einem sehr transparenten, leichten Stoff ist und sehr verzierten Steckereien und Ornamenten drauf, was quasi wie auf die Haut geschmieden ist. Und ein Unterkleid mit einem etwas festeren Stoff, also das ist noch sehr schön zu tragen, aber halt, es ist einfach ein anderer Stoff als wieder dünne, durchsichtige. Und somit sich ein Bild ergibt, was wunderschön ist. Aber ich muss hier nochmal detailliert drauf eingehen, denn apart, diese Marke hat sich hier was wirklich Schönes einfallen lassen. Für alle die, die keine Taille haben und für die, die Taille haben, Glückwunsch außerdem, wird dieses Kleid noch besser stehen. Aber für die, die ihre Taille betonen wollen, ist dieses Kleid perfekt geeignet. Denn wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass das Unterkleid im Rockbereich schön gefaltet und ein bisschen mehr Stoff verarbeitet ist. Dass das ein bisschen leicht üppiger ist und schön fällt und wedeln kann sozusagen. Und das Oberkleid schön sanft drüber fällt. Und dann in der Taille einen sauberen Abschluss mit der Schleife gemacht habt und dadurch sich euch eine Taille erschließt, die ihr ohne das Kleid nicht so hättet. Also wirklich geniale Geschichte zu empfehlen und vor allem diese Kaffee Latte Farbe. Ja, Südeuropa könnte man sagen. Perfekt. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen, denn nur das Kleid ist zwar wirklich traumhaft, aber um es für euch perfekt zu machen, müssen Accessoires her. Und da habe ich hier ein Plateau-Pump herausgesucht, was im gleichen Farbschimmer gehalten ist und mit zarten Riemchen euren Fuß hält. Und jetzt kommt es auch natürlich, dass es ein sehr hoher Pump ist, für kleine Damen für euch geeignet ist. Also, wenn ihr nicht sehr groß seid und manchmal Probleme habt, ein Kleid für euch zu finden, dann wählt so einen Plateau-Pump mit zarten Riemchen und diesem Kleid. Und ich verspreche euch, damit habt ihr wirklich mal ein perfektes Outfit geschaffen, dass keiner denkt, das Kleid wäre zu lang, zu kurz oder es passt nicht zu euch. Sondern, wenn ihr klein seid, einen Plateau-Pump mit zarten Riemchen zu diesem Kleid erlaubt. Aber, hier fehlt doch noch was. Ja, eine Handtasche. Aber nicht irgendeine Handtasche, sondern eine Gretchen. Und eine Gretchen, auf der ich gesagt habe, ist eine kleine Handtasche, die ums Handgelenk tragen wird, sieht man gar nicht mehr so oft. Aber kann ich empfehlen, denn ihr wisst, die italienischen Frauen und auch Männer, die reden mit ihrem Körper mit den Händen und die brauchen freie Hände. Da könnt ihr nicht eine Klatsche oder eine Handtasche in der Hand tragen, das ist dann nicht mal italienisch, sondern ihr braucht freie Hände. Und somit ist eine Gretchenhandtasche perfekt zu diesem Outfit geeignet, die ihr einfach um dieses Handgelenk tragen könnt. Und quasi schon gleichzeitig ein bisschen Armschmuck habt, noch ein bisschen, wenn ihr euch unterhaltet, noch ein bisschen eure Unterhaltung durch die Körpersprache unterstützt. Und das Nötigste passt auch wunderbar rein. Ich will jetzt noch eins obendrauf setzen, denn eins habe ich euch noch nicht gesagt, das Kleid hat einen Dreiviertelarm. Gut, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber da kann man wirklich nochmal schön was mit Schmuck machen, um es perfekt abzurunden und das E-Pünktchen draufzusetzen. Und da habe ich euch hier einen Armschmuck herausgesucht in echt Gold, ich glaube 585 Karat Gold, zwei verschiedene Arten von Goldarten, also auch zwei Farben sozusagen und sehr filigran miteinander verschmiedet. Und wenn ihr das beispielsweise am linken Arm tragt und an der rechten, ja die Gretchenhandtasche, dann ist alles vom Kleid, vom den Schuh, perfekt abgerundet. Und ich verspreche euch, oder besser gesagt, Dorothee, dir zu deiner Gala, wo du damit hingehen wirst, dass es keinen Mann geben wird, der nicht die Augen hinterlassen kann. Und dann nicht nur die Männer, ja, Spaß an dir haben werden, sondern du nach dieser Nacht sagen kannst, das war meine italienische, ja, Nacht sozusagen. Ja, Dorothee, ich hoffe, dieses Outfit ist genau das, was du gesucht hast und für alle anderen, die genauso auf euch persönlich so ein Outfit zusammengeschnitten haben wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, was ihr vorhabt, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, was ihr gerne tragt, welche Haarfarbe habt ihr, wie groß ihr seid, also so detailliert wie möglich und dann werde ich morgen schon vielleicht ein perfektes Outfit, was für dich zugeschnitten ist, online stellen und dann natürlich Tipps geben. Und wenn ihr dann dieses Video, dieses Outfit nicht verpassen wollt, dann abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal und ihr verpasst in Zukunft kein Video, kein so ein schönes Outfit und die dazugehörigen Deals natürlich auch nicht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem italienischen Outfit und wünsche euch somit noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao, ciao!